Ist ja krass. Jetzt hört sie wieder auf und hier die goldenen Stacheln. Ja, innerhalb eines Tages, leider unbemerkt, haben sich die Raupen kaputt. Jetzt wackelt die andere auch. Aber da sie noch wackeln, setze ich sie jetzt noch nicht in das Schlüpfenest um, sondern ich lasse da noch bis morgen Abend hängen. Also ab morgen früh gibt es auf jeden Fall eine Live-Webcam, weil das Verpuppen haben wir jetzt leider verpasst, aber das Schlüpfen werden wir nicht verpassen.